Hi Leute, hier ist Stella Weiß. Wie ruft gerade bei meinen Eltern an? Mein Vater. Redest du, ja? Nein, nein, du! Hallo? Anne? Ja? Anne, wann kommst du? Losa müssen wir? Ja, wir sind schon da! Ja, Mom, geh durch, wir sind ja aus. Ja, wann kommt? Wie bitte? Ich hab seit 5. Saat 5? Ja, seit 5. Okay. Saat 6 Uhr da Ferhat geseckt. Dehmä? 5.30 Uhr, da 6 Uhr. Ja? Ja? Babanız beni yanınıza bıraksın, gitsin Ferhat'a alsın, gelsin yanımıza. Hä, was? Angen, angen adam. J nunca salalim vesping. Idy separation, ahmet de spirituality. Ihık. Evet, ben행 adam coming, jokusожу. Evet, dey normal değil mi? purpose on oxid enhancing. Eğğğğğğğğğğ estateshaya geldim, yoğun 소개chant. Eğğğğğğğğğğğğğ��� h�sterseddim. Evet evet, sen days... Wir reden mit meiner Mutter im Telefon, heißt das sowieso, die zweite Teil, und ich hab mit ihnen sie redet. Ich hoffe, das Video hat euch gefällt. Wenn ja, gebt dann einen Daumen nach oben und da gebt dann unten in die Kommentare. Und was wir hier machen, wir machen gerade hier Picknick. Und meine Mutter Tom auch hier ist. Alter. Okay, Leute. Ich warte so 70, um dich zu erinnern. Sie ist ein bisschen schön sonn. Okay, dann machen wir Tüch. Ich nehm dich immer auf. Okay, wir sind ein paar Tüch. Ja, Tüch. Tschüss. 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 Tschüss.